Ich fühl mich nicht so gut. Irgendwie klimakrank. Deutschland, was ist eigentlich mit dir los? Kannst du mir nicht helfen? Doch, ich versuche es ja. Aber es ist echt nicht so einfach. Die Menschen in Deutschland sind zerstritten. Die einen wollen mehr Klimaschutz. Die anderen haben Angst, dass dadurch Arbeitsplätze verloren gehen oder die Wirtschaft bergab geht. Doch jetzt gibt es Hoffnung. Ein bundesweiter BürgerInnenrat zur Klimapolitik. Zufällig ausgewählte Personen werden gefragt, ob sie die Bundespolitik zum Thema Klimaschutz beraten wollen. Von den Interessierten werden 150 Menschen ausgelost, die die deutsche Gesellschaft in all ihrer Diversität repräsentieren. Über mehrere Wochenenden hinweg werden sie zu Themen des Klimawandels von unabhängigen Expertinnen und Experten informiert. Anmoderierte Diskussionen in kleinen Gruppen helfen ihnen, ihre eigenen Meinungen sowie die Bedürfnisse der anderen unter Einbeziehung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu reflektieren. Abschließend erarbeiten sie gemeinsam Empfehlungen für eine sozial gerechte und umweltfreundliche Politik. Damit zeigen sie der Regierung, was eine gut informierte Stichprobe der Gesellschaft zum Thema Klimapolitik denkt. In Frankreich, England und Irland wurden solche Verfahren bereits mit großem Erfolg durchgeführt. Und dann könnte ich dir auch endlich viel besser helfen. Du bist auch für einen bundesweiten BürgerInnenrat zur Klimapolitik? Dann unterschreibe unsere Petition.